Alles klar, da sind wir schon wieder. Jo, jetzt tun wir deine Frau auslösen. Ich belabere gleich mal mit dem. Ich rede mich gleich da. Hörst du deine Frau? Äh, ja. Wer wird das denn Typ im Krankenhaus gefunden? Ah, was haben wir da? Oh, ja. Ah, da ist es. Leo, wir müssen den Elevator nehmen. Wir brauchen einen Auftrag. Ah, die hat die Krankenschwester gefragt. Und, was sagt die? Die darf mir keine Informationen geben. Ja, warte mal, ich frag sie auch mal. Oh, ich komm gleich. Äh, Frau Bisschen. Okay. Ah. Gibt nur den einen Raum bei dir also. Äh, wo bist du? Richtung Aufzug gegangen. Was ist nicht Richtung Aufzug? Boah. Ah. Boah, wir können da noch viel mehr fragen. Ja, aber wo ist denn die Fragen, wo der Frau ist? Ah, aber vielleicht können wir irgendwas ausstellen. Ah, wo ist Notsteinen im Krankenhaus? Keine Ahnung. Ich hab die Zeitung schon wegschmissen. Du hast die Zeitung, warum schmeißt du die Zeitung weg? Weil da unsere, äh, unser Gesicht drauf ist. Ah, okay. Ähm. Ah. Ah. Ah, wir langweilig. Ah, wir langweilig. ons Guys. Ja. Ich weiß. Du bist aber auch nicht der Schlauste, oder? Wieso? Links oder rechts? Ja. So ist es aus. War mein Fehler, ja. Who's your daddy? Who's your daddy? Wie viele Leute. Wo ist ein Name? Macht euch immer ne auf. 스� sie auf. Obtel sind Steys cuenten nicht ... Wollt die du Monster auf Sp Angst habe. H booklet sich in Skipfield zu eing graduate haben. Oh, I'm so good at this embarrassing point of view, stupid guy. Oh, I'm so good at this. Oh, I'm so good at this. So, what happened to you? Aha. Aha. Ich finde es so lustig, dass die Frau ein Kind gekriegt hat und du stehst hier rum, wo ich sie erst mal die Leid frage. Oh, I like you here. It scares me. Your first time in the hospital? Yes. Oh God, it's Kim's. Yeah. If the doctor hurts you, just punch him in the face. Oh. Oh, sorry. Don't punch him. Just slap him. Haha. Haha. The closet. You're too old to drive. No, no, no. Trust me. I'm fine. Let me guess. Car accident? Yes. It's the third time in six weeks. You're too old to drive. Yeah. Huh. Huh. How old are you, sir? If you don't mind me asking. Oh, no. Not at all. I'm 81. 81? You're 89. He's 89. Oh. I could have sworn I was 81. 89. Oh my God. 89? Maybe I am too old to drive. Haha. Stay away from me. I'm contagious. You are? Yeah. I don't know what it is yet. You should definitely stay away from me. I had a friend who was hypochondriac. I'm not a hypochondriac. You're not? Oh well. Actually, your face is pretty swollen. Huh? What? Where? Are you serious? Looks bad, man. Oh my God. Is it... Is it really that bad? You're not a hypochondriac, huh? You're really a dick. Your arm is not broken. What? Are you serious? Can't you see I can hardly move it? I can see you moving it. Which means it isn't broken. Who's right? You should listen to your wife. Your arm isn't broken. What do you know about it? Are you a doctor or something? It doesn't take a doctor to see that. Just some common sense. Thank you. Do you believe me now? Just because he says it? No way. I'm seeing a doctor. My arm is definitely broken. Hä? Li? Ja. Bist du mir nicht einer in die Hand am? Hast du mir was gebrochen? Ah, ich komm schon. Ich komm schon. Jetzt bin ich nervös. Warte. Das heißt wir hätten nicht fahren sollen. Das ist deine Idee ins Krankenhaus zu gehen, ich meine. Du wolltest doch bei den Milit fahren. Vielleicht hätten wir eine Aufgabe gefunden. Das früh ist oder so. Aha. Wo? You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah. I don't think so. Hm. Okay. I got the hells to walk more. Deswegen habe ich die Zeitung weggeschmissen. Ah, okay. Aber deine Gesichter sind so familiar. Ich bin sicher, dass ich sie irgendwo gesehen habe. Jetzt liegt sicher oben eine Ausrede. Äh, äh, Ausrede oder Kabelschlagen? Was sagen wir? Kann man kaputt? Äh, okay. Ich hätte noch angemerkt, du hast dir die Zeitung weggeschmissen. Ja schon, aber wenn es er schon warst, dann helft mir das Zeitungsweggeschmeißen auch nichts mehr. Problem solved. Das bringt sicher nur irrsinnige Probleme deswegen. Ja, aber wenn wir herausrinnen, ob das funktioniert hat. Okay. Äh, äh, heißen da. Da hinten steht der Angel, ich frage einmal. Der raucht. Ja, wurscht was der tut. Oh, gut. Schaut mal hier ja noch Krebs aus, oder? Du weißt was? Diese Dinge werden dich töten. Ja. Die haben sie bereits bereits. Ja. Ungegessen. Wie lange haben die Doktor dir gegeben? Ah, bitte nicht. Was? Vielleicht weniger. Wer weiß. Das ist schwer. Ich bin sehr entschuldig. Nicht. Ich fühle mich ziemlich entspannt. Du machst das? Ja. Du kannst mir überraschend, wie vielverlust die die Ecke entleppert. Ich muss da. Ich muss da. Ich komme schon. Ich komme schon. Okay, der Alte da hinten geht fast drauf. Ich weiß ja, Krebs. Wie hart wird das? Ja. Wo? 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 Was? Was war das jetzt? Das habe ich bei dir geschaut, das habe ich verkackt. Boah, mit der Maus ist das leichter. Meinst du? Du bist ja eigentlich nur der linke Stick. Ja, aber ich bin jetzt auf dem Gefühl voll mit dem... Merkt's bei Far Cry. Man soll dann so ein ZF-Test mit Controller spielen. Ja, stimmt. Ja. Oder die haben auskauft und die haben keine Probleme gemacht. Ja, das ist mit dem Maus. Ich glaube, das ist... Das System! Haha. Okay, zeigen wir. Ich gehe mal fragen. Du, oder? Was sind die Bibis zum Schauen? Hey, du da. Oh mein Gott. Ich habe eine super mördergeile Idee. Was? Geht deine Antworten wissen, dass du... Schmeiß dich nicht gleich von der Leiter hast. Vielleicht. Jetzt wird's lustig. Was? Es braucht wirklich zwei Leute, um eine Leiter zu ändern? Du bist in der Union, das macht. Und, äh, wir sind in der Union. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Zwei Leute, um eine Leiter zu ändern. Was ein Scham. Kein Wunder, dass dieses Land zu helfen wird. Hast du nicht etwas besser zu tun? Ich wollte dir das gleiche Frage stellen. Ich wollte dir das gleiche Frage stellen. Entschuldigung, Ma'am. Ich weiß nicht, dass sie ein Baby hatte. Was ist der Name, bitte? Äh, Carol. Schon? Genau, folge mich, Herr. Danke. Oh, ich glaub, du darfst deine Micke. Wahrscheinlich nicht. Hey, Leo. Du kommst? Ah, du kommst Micke. Komm her. Es ist bestimmt ein Junge drin. Nein. Es ist eine Mädchen. Bitte, Leo. Wir haben nichts. Junge oder Mädchen, es geht nicht wirklich. Es wird der beste Tag in deinem Leben sein, wenn dieser Scham. Ja, das ist das, was sie sagen. Sie sagen es, weil es wahr ist. Du siehst. Oh. Du lässt ihn wieder in einem Beichen raushängen. Ja. Das ist ein Bulle, ja? Bitte gib ihm einen Schubsen. Bier, Mann. Was, schuldigst du mich? Du bist im Krankenhaus. Also? Es gibt wahrscheinlich ein paar Bier nach unten. Warte, bist du ernsthaft? Ja. Einige Lücher, auch. Oh, verdammt. Wir müssen es ausprobieren. Welcher Lücher? Wer ist mit dir? Ich schreit. Ha, ha, ha. Ha, ha. Dann, 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 warum muss ich jetzt eigentlich mitgehen? Ja. Ich weiß nicht, warum du da mitgehst. Ja, du willst es ja unbedingt. Ja, ich drohe zu verstehen. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich es nicht verstehe. Danke. Und jetzt bitte musst du draußen warten. Ja, das war so dumm. Na, das ist nicht deine. Hey, Carol. Bist du okay? Ich bin gut. Buh, alles ist kälter. Vincent, was machst du hier? Sie ist auch meine Frau. Ah, wer weiß, dass es ein Mädchen ist. Woher? Ich habe keine Ahnung. Das ist, äh, Leo. Es ist schön, dich zu treffen, Mann. Ja. Baby, Frau, hm? Ähm, ich werde euch alleine lassen. Ah, jetzt gehe ich doch raus. Ich werde nach außen warten. Ja, komm, der will wieder, wo wir uns jetzt fetzen. Kannst du jetzt Blödsinn machen draussen? Ich finde es so unfair. Warum darfst du Blödsinn machen? Mann, du darfst Blödsinn machen. Haha. Schau, mir habe ich da auch noch rum. Natürlich nichts, wo ich Blödsinn machen kann. Ja, du musst mit deiner Frau reden. Ah, ich habe das BG. Gibt Zeit. Wolltest du überall die Geräte einschalten? Ja. Sie ist so schön. Sie ist. Sie wissen, ich mag dich. Vincent, bitte. Ich liebe dich. Ich habe dich so viel. Ich muss das einfach enden. Du musst mir glauben. Du musst mir glauben. Carole. Big Tiguan. Das ist das. Was ist das. Was willst du mir sagen? Ich möchte... Ich möchte mich glauben, okay? Dinge werden anders sein. Du sagst immer das. Aber du wirst dich getötet. Ich kann nicht leben damit. Ich werde das nicht passieren. Ich versuche dir. Du musst mir vertrauen, Carole. Du musst dir aus dem Off den Sam Phanod dazu geben. Ja. Warum nicht? Oh je. Jetzt haben wir die Killeristen in irgendeinem Wochenmal. Der war früher oder später sowieso draufgekommen, schätze ich mal. Ich hab's gewusst, Alter. Wenn der in der Woche mal jetzt mitbrochener Nasen reinkommt und auf uns tagt und sagt, da sind sie. Da bin ich echt bass auf dich. Ich find's ja lustig, dass sie mich zwei auf der Bindungsstation gesehen, aha. Oh, die waren aber schnell. Das waren aber nicht der Typ, den wir mit dem Aufzug eingesperrt haben. Nein. Aha. Die waren aber jetzt schnell herum. Oh, die Hau über die Feuerriff. Oh, wünsch dir viel Spaß. Jo, mach's gut. Tschau, Baby. Haben Sie einen Mann gesehen? Nein. Ja. Just go. Go. Nach oben. Ja, 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 ich bin ja schon unterwegs. Warum haust du nach oben über die Feuerleiter auf? Jetzt hat die Bullen hinten noch. Jetzt hat die Bullen hinten noch. Jetzt hat die Bullen hinten noch. Warte, warte, warte. Ihr Säcke, ihr Säcke, ihr Säcke. Wo bist du? Da unten. Ich bin schon vorher richtig dabei. Ja, das habe ich jetzt bei mir gekauft. Man ist einfach verhaftet. Nein. Bois, du bist so gemein. Bein. Gib weg. Ja schön. Das ist echt. Ah. Ja, ja. Und wer hat noch gebrochen, aber. Ach so, ich hab's zweite meine Mikreht, Scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Oh man, oh. Ja, wir dachten, das reicht mit Ohrme in die Fresse. Nein, du hättest ihn nur in der Eingriff. Ja. Jetzt sind wir danach aufgeschrieben. Schlipp bleib, keine Bewegung! Wie kommt die Tulsi von vorn? Das ist eine Kivaristin. Bei der weißt du aus, ob ich Kivaristen nimmst mit, oder? Ja. Na gut, vielleicht hat er gedacht, das ist die Möglichkeit, ohne Gewalt da durchzukommen. Du bist ein Leo, nicht ein Vincent. Ja, aber Gewalt geben Polizisten, das ist halt immer eine Sache, gell? So, Harn, Humbiesau! Autsch, Autsch! Da! Du hast den jetzt nicht oben geschmissen, ne? Ich hoffe es nicht. Hahaha! Es ist geil, dass sie verstecken wollte. Echt da, Echt da! Soja, aufpassen! Oh Gott sei Dank legt da keiner drin. Oh! Ah, da schau ich bin ich. Wie geht's gut, sind auch gar nicht besser. Wie bei dir auch immer, wie gut geiler. Hey! Is anybody in here? Better show yourself! No. Oh Gott! Hast du nichts? Nein! Es ist alles klar! Ciao, Mary! Aber ich habe dir die Fenster zur Leiter gezogen. Nee! Natürlich doch! Alter, wie gemein hieß'n das! Aber ich darf doch nicht raus? Ja! Ich finde es ja eigentlich lustig! Oh, ich muss dir hinten da auch, oder? Ich finde es ja eigentlich lustig, dass die alle wissen müssen, dass ich da drin bin! und resett schnell die auf mit der herr lauf weil er keine obstütze da bist du das war durch die op er ruft den sicherheitsdienst ernsthaft Ah! Ich muss auf dem Fenster hochkommen! Im Sicherheitsdienst! Die Polizei ist hinter dir her und der soll den Sicherheitsdienst rufen! Wie da! Komm schon! Abwaschen, Abwaschen! Auf! Der Arsch! Hör, was? Ich trainiere brav hier! Haha, du bist dran! Die Kamerafahrten sind schon geil! Ernsthaft! Ja, ich verbarrikadier halt immer meine... Alter, was ist denn das für eine Sicht? Erinnert dich ein bisschen an die 2D-Plattform, oder? Hahaha! Das hat echt Style, Alter! Ja, wie früher die... Au! Wie früher die... Ah, Kampfspieler halt! Ja, ja! Kannst du auch für OBHG? Weiß ich nicht. Wie viel Sicherheitsdienst haben die! Wie viel Sicherheitsdienst haben die! Ich habe jede einzelne Lampe! Ja! Ja, wo Brügel reißen die da, Alter! Und da fucke ich den Bogen! Hahaha! Cool, du kannst sogar richtige Kombos machen! Ja, wo Brügel reißen zu haben, Alter! Mit der fucking Stehlampe! Nimm sie wieder mit, die ist cool. Das Fenster ist stylisch. Ja, da kommst du raus. Oh, okay. Nein, ich bin bereit, habe ich nicht gesagt. Fenster? Ja. Oh mein Gott. Oh! Du kannst keine Ahnung mit Bladypill. Ja. Oh, dass das Fenster öffnet ist. Da ist die Raucher gewesen, oder? Ja. Oder nicht? Das Fenster war offen. Hättest du nicht einfach nur ein Stück weit runter gehen können. Da war ja auch zu. Das ist scheiß egal. Kannst du mal Obo schonen, dass du irgendwelche Leute verletzt? Das Fenster ist jetzt. Schau dir! Die Fenster ist jetzt weg. Schau dir! Hör dir! Hör dir! Du kannst das nicht gewinnen! Schau dir! Du kannst das nicht gewinnen! Schau dir! Hör dir! Was ist, wenn ich den jetzt in den Fuß schieß? Ich möchte es eigentlich nur ausprobieren. Hä? Guck eh! Du kannst das nicht weg! Hör dir! Du kannst das nicht weg! Hör dir! Hör dir! Hör dir! Ja! Hör dir! Ja! Und zwar schnell! Ach ehrlich, das haben wir eigentlich gar nicht! Nein ich nicht! Wir sind auch nicht! Nein du hast heute auf dem Ohr gelegt! Ich habe es nicht umgelegt. Ich habe sie verprügelt! Haha! Mit einer Lampe! Ja! Oh oh! Äh! Bewegen! Nicht bewegen! Einfach nicht bewegen! Ja jetzt musst dir ja auch immer mal bewegen oder? uhhhhh! Ich triff schon! Ja viel Spaß dabei! Ich laske dich nicht von der Krankenschwester erwischen! ich bin komisch verprüfen die wenigsten und sprichet durch fucking duck da ist ein schuss drin da ist echt nur ein fucking schuss drin die üben auch viel spaß dabei das ist nur für eine hose an auf die breite Ja, ja, ich versuch's. Musst du selber fahren? Ja, musst du. Hallo Moschen! Ja! Rähn! Ich kann mich nicht bewegen, nur nicht. Oh, ziel schon die Waffen. Wie der? Was haben wir für Panische zu bringen? Jawohl! Jawohl! Ja! Ja, Wiederverfolgung! Ach, das heißt ja. Genau so. Respekt, dass das überlebt hat. Oh, ein Auto fahren. Ja. Ja. Überblitzen wir anscheinend nicht so gut. Ach du Scheiße. Ah, da ist dein Flugzeug. Ja, sicher. Ja, sicher. Komm mal, Mann. Du weißt, ich bin kein Fan der Heiz. Ja, keine Angst. Emily ist ein großer Pilot. Sie war praktisch auf dem Weg. Emily! Hm. Erstmal noch das Rad festschweißen. Hast du jetzt einen Luxus-Tand gewartet oder was? Ja, aber festgeschweißtes Rad ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Hey, Leo. Schön, dich zu treffen. Du auch. Also? Du bist ein Freund, ich glaube? Ja. Ich höre, du bist ein guter Pilot. Ich weiß nicht, aber danke. Okay. Okay. Hey. Du bist gut für das, Vince? Ja, ja. Wo geht's? Wo denkst du? Mexiko? Jetzt. Ja, nachdem wir jetzt im Krankenhaus waren, checkt Stan natürlich ja, dass wir seinen Typ in der Schuss nahm. Du musst mir glauben. Ich sage dir die Wahrheit. Ich würde nie etwas sagen. Ich würde nie das tun. Du weißt, ich habe nichts gesagt. Sie haben versucht, mich etwas zu sagen, aber ich habe es nicht. Ja, ja. Da hätte ich nicht jeder Schauschützengewehr. Ja, für immer gehen, glaube ich. Ach so. Ja, ja. Wir haben mehr Menschen. Ja, komm. Wie viele? Alle. Alle. Aber was ist passiert? Nicht fragen, mach es nur. Oh, oh, warte. Was? Nein! Nein! Oh, oh. Oh, Tefla. Hey. Hier geht's. Hey, Vincent. Was war das Emily wirklich? Nicht mal fragen. Okay. Du bist bereit? Ja, ich muss nur, um sie zu füllen. Hilf mir raus. Klar. Die Gas-Tang ist genau da oben. Ja. Das ist jetzt ein Abschiedsbrief. Nein. Keine Ahnung. Was denkst du? Ist das ein guter Lieblingsspot? Lass mich mal sehen. Ja. Aber es wird ein langer Weg durch eine Dense-Jungle. Das ist gut. Du könntest auch einen Parachute hier unten. Das würde dich viel näher kommen. Nein, danke. Ich bin nicht gut mit Heiden. Alles, was du willst. Warte, Ellen. Hast du hier Parachute? Ja. Ja. Nein, Vincent. Bist du verrückt? Du weißt, wie viel Zeit das uns schützen würde? Ich weiss nicht. Ich habe noch nie einen Parachute gesehen. Es ist nicht so schwer. Ich ziehe nur ein Kord. Genau, Emily? Na ja, technisch. Du bist richtig. Komm schon. Was sagst du? Ja. Ich bin voll viel falsch hier. Ich eigentlich nicht. Okay. Nehmen wir Deins und nehmen wir Meins. Wir sind schneller. Wir sind effizienter. Ja. Wir brauchen Ewigkeit durch den Dschungel. Ja, aber die Hosen ist ja scheißegal. Wir sind ja in der Luft. Du dampfst der aus. Ah. Okay. Na ja, da sind wir halt ewig im Dschungel unterwegs. Und vielleicht laufen da noch irgendwelche Leitpatrouillen entgegen. Ja, und da schmiert der Fallschirm ab, wo wir sterben. Okay, ja, stimmt auch wieder. Aber wie wahrscheinlich ist, dass der Fallschirm abstürzt? Wie wahrscheinlich ist, dass Leute im Dschungel rumrennen. Haha. Okay, dann, äh, Dein Höhenangst, entscheide. Ja, nehmen wir das dann. Ah, shit. Alles klar, alles klar. Ich meine... Wie schwer kann es sein, nicht wahr? Keine Angst. Du wirst es herausfinden. Du wirst es herausfinden. Du wirst es herausfinden. Das ist gar nicht lustig. Relax. Ich zeige dir die Basis, bevor wir gehen. Ja, du bist besser. Du wirst wirst. Du wirst schrecklich? Nein. Alles klar. Ich zeige dir die Basis. Ich habe das. Gut. Emily. Ich werde die Luft. Okay. Alles klar. Alles klar. Sorry, das ist... Es ist... Es ist... Es kommt mit mir. Und... Treibstoff-Sieg. Ja, wo ich das machen kann. Aber ich würde sagen, wir machen das erst in der nächsten Runde. Okay. Bis dann. Ciao, ciao.